einen wunderschönen guten tag ja das wird jetzt ich weiß nicht wie ich beginnen soll das ist hier nagelneue spiel es nennt sich drover forsaken kin vielleicht forsaken king ich weiß es nicht da müsste man mal die entwickler fragen warum forsaken kin also ich kenne nur mein kind ja was hat es mit dem spiel auf sich ich habe es heute im netz zufällig gefunden und habe auch ein interview gesehen von den entwicklern das ist ein deutsches entwickler team und zwar sieben an der zahl die sieht man hier und in dem interview geht hervor dass das die absoluten gothic liebhaber sind und die haben ein 2d gothic in entwicklung also jetzt nicht gothic sondern halt eben ein spiel unter dem namen drover forsaken kin und ja also ich habe mir das auch runtergeladen rechts steht ja auch dieses ein prototyp und kein fertiges spiel aber schauen wir doch mal in die demo rein ich habe schon mal ganz kurz angespielt und auch in der in dem interview mit dem entwicklern oder mit dem entwickler hat gesagt hat er gesagt ja so von wegen wir uns war es wirklich wichtig an gothic zu erinnern und schauen wir mal was es da auf sich hat welche ähnlichkeiten wir zu gothic denn entdecken sowohl gameplay als auch spielaufbau weil eben dass es nicht in 3d ist sondern in 2d und ich fange jetzt einfach mal an ok jetzt werden uns schon mal tipps gegeben ein bisschen schnell so aber trotzdem werden wir hier geführt gut mit den tasten wer sd kannst du dich bewegen und mit der maus schaust du dich um ich persönlich bevorzuge ja die cursor tasten und muss jetzt wieder umdenken weil ich es gibt hier leider keine einstellung dass man eine andere tasten belegung nehmen kann aber schaut mal das läuft doch so ganz gut ok mit der maus kann ich die richtung anzeigen lassen das sieht man ja hier auch am pfeil so haben wir jetzt gemacht jetzt laufen wir mal ein bisschen rum oder ist ein people da bist du ja endlich hieß es dann gehen wir mal zu ihm hin und da du den orten bei orten beigetreten bist erwartet dich deine erste gefährliche aufgabe doch vorher muss ich deine kämpferischen fähigkeiten testen los zieh deine waffe drücke um deine waffe zu ziehen wegzustecken gut das machen wir dann auch mal sehr gut merke dir nur wenn du deine waffe gezogen hast kannst du kämpfen andererseits kannst du dich nicht mit deiner umwelt nicht mit deiner umwelt interagieren solange die waffe gezogen ist ziehe sie also nur wenn du wirklich musst ok das sind halt eben die kleinen tutorials das finde ich auch ganz gut dass man hier so in dieses spiel mit eingebezogen wird das ist auch unheimlich wichtig los greift mich ein paar mal an und zeigt mir was in dir steckt drücke die linke maustaste um anzugreifen ok das machen wir mal einfach mal indem wir einfach nur mal drücken so was wir hier unten sehen ist irgendein weiß ich nicht das wird uns bestimmt noch erklärt das war schon nicht schlecht du kannst deine angriffe übrigens auch aneinander rein los probiere ein paar combo angriffe an mir aus achte hierbei auf dein timing sonst kannst du diese angriffe nicht durchführen drücke die linke maustaste um anzugreifen klicke dann erneut während des angriffs wenn sich der mauszeiger zu einer flammenden faust verändert flammende faust probieren wir es doch mal aus das ist ja das ist sehe ich also das timing ist wichtig merke ich gerade das wurde auch im interview gesagt dass die entwickler wert gelegt haben auf ein gutes kampfsystem ja jetzt hat geklappt jetzt richtig zu dafür müsste deine angriffe aufladen diese angriffe verursachen mehr schaden benötigen jedoch mehr zeit in der ausführung keine angst ein paar schläge halte ich schon aus halte die linke maustaste gedrückt bis ein starker angriff durchgeführt wird alles klar also lange die maus gedrückt halten und dann geht's ab nicht nickt anerkennt also ja angreifen kannst du solltest aber wissen dass manche angriffe nicht aufgeladen oder aneinandergereiht werden können jeder angriff einer waffe ist recht individuell du sollst dich mit diesen neuen waffen immer erst vertraut machen bevor du dich im kampf in einen kampf stürzt aha das heißt also von waffe zu waffe kann das mit den kombos individuell sein so verstehe ich das drücke um fortzufahren dann machen wir das mal des weiteren kannst du auch zauber mit diesen runen erwirken aha eben links eingeblendet galvin gibt dir eine rune dafür benötigst du doch jedoch flow flow baut sich von selbst auf wenn du gegner im kampf triffst ohne selbst getroffen zu werden probiere die rune ein paar mal ausdrücke 1 wenn du genug flow hast schlage galvin wenn du flow benötigst okay da unten sehen wir hier ist das noch ausgegraut die rune flow jetzt kann ich den flow machen okay mach mal flow das ist das ist ja cool okay ich kann noch mal flow drücken und jetzt ist der flow nicht mehr aufgeladen das ändert so eine rissen drei diese kampf technik drücke um fortzufahren offensiv ist aber nur ein teil um in einem echten kampf zu überleben zu können wenn du angegriffen wirst solltest du in die defensive gehen um unnötigen schaden zu vermeiden hierfür stehen dir zwei optionen zur verfügung ausweichen und blocken dann probieren wir mal ausweichen und blocken aus wir beginnen mit dem ausweichen wenn du siehst dass dein gegner angreifst solltest du schnell ausweichen das baut distanz auf und die schläge gehen ins leere jedoch kannst du nicht beliebig oft nacheinander ausweichen da dir sonst deine puste ausgeht drücke e mal wieder natürlich ist das im gameplay natürlich nicht mit drücke e los war ich ein paar mal aus achtet dabei darauf in welche richtung du dich bewegst drücke die leertaste um in deine bewegungsrichtung auszuweichen aha die leiste unter deinem charakter zeigt an wie oft du ausweichen kannst das grüne ja wahrscheinlich okay machen wir mal du sollst doch hier in die richtung ausweichen wahrscheinlich opposite okay sehr gut weißt du wie man ausweichen mann du sollst mich schlagen mit dem schild kannst du angriffe aber auch blocken das ist wichtig dass du auch in die richtung deines gegners schaust komm blocke meine angriffe ab halt die rechte maustaste gedrückt und angriffe ab zu blocken okay probieren wir das ganze mal so geschafft ausgezeichnet wenn du im richtigen moment zu blockst kannst du mehr schaden abwehren und einen gegner sogar kurzzeitig betäuben versuche meine angriffe kurz bevor sie dich treffen würden ab zu blocken aha also kurz bevor drücke die rechte maustaste kurz bevor der angriff dich treffen würde aha du hast ein paar schläge abbekommen sie ist schwach aus benutze heiltränke und andere gegenstände um dich zu heilen hier nimmt diesen heiltrank danach sollte es dir besser gehen deine lebensenergie ist die rote anzeige unten auf dem bildschirm drücke zwei um ein heiltrank zu trinken zack das ist gut dass wir hier so ein quick slot haben heiltränke sind das a und o auf gefährlichen reisen habe immer welche dabei oder besorge die unterwegs welche alternativ kannst du dich mit anderen lebensmitteln wie fleisch oder kräutern stärken jetzt ist da unten was neues reingekommen da bin ich gespannt was das ist so nun ich denke du bist bereit für deine aufgabe du solltest einen bericht von duxator alban holen er befindet sich im tarawald und ist in der taverne zum kopflosen reißer stationiert wenn du den bericht erhalten hast bringe ihn mir schnellstmöglich es ist wichtig okay so ein missionsbrief haben wir bekommen hier nimmt das galwin dir einen verschlossenen brief sternchen in dem brief stehen alle details wir erwarten deine rücke an dem dritten tag des goldenen adlers begibt dich sofort auf dem weg so ach hier und hier sind noch ein paar splitter galwin gibt dir einen kleinen beutel mit splittern damit solltest du dich sollst du dir proviant auf deiner reise leisten können möge der rote turm die schützen also sind splitter sowas wie gold erz also eine währung folge den weg richtung westen um dein abenteuer zu beginnen sowas gucken wir uns mal wenn wir escape taste drücken dann können wir nämlich noch mal gucken in den einstellungen nur halt eben lautstärke und die steuerung können uns angucken eröffnet und schließt das inventar das ist wohl nicht so ganz bündig aber es ist ja eine entwicklung ich finde es aber trotzdem schon mal sehr spannend schließt das inventar tagebuch wechselt die waffenslots waffe ziehen weg stecken links reisen leertest 1 bis 9 ok jetzt gucken wir mal was wir im inventar haben noch nichts wahrscheinlich wird das erst wenn das tutorial abgeschlossen ist vielleicht sollten wir erstmal hier gucken richtung westen was hier los ist okay vergiss nicht regelmäßig zu speichern mit f5 ist klar die vision die uns leitet der rote turm der ewigen weide er wurde uns gezeigt in den träumen das ist der ursprung unsere erlösung in unserem streben finden wir zusammen wir sind der orden der orden der wiedervereinigung okran der erste sehr 14 punkt zahlen nicht der blüte wer auch immer das ist und so beginnt meine reise zum ersten mal verlasse ich meine heimat und erkunde draheim welche abenteuer und gefahren werden mich wohl erwarten ich kann es kaum erwarten gut okay das ist ein bisschen flavor text und die grafik erinnert mich so an die ersten c64 adventure spiele vielleicht kann sich auch noch jemand erkennen kann das auch jemand erkennen oder bestätigen tagelang bin ich nun gewandert und meine beine werden müde die taverne sollte ich bald erreicht haben ich freue mich auf ein bier ein weiches bett und ein wenig gesellschaft meine aufgabe werde ich schnell erledigt haben so alles was du essen kannst enthält äther dass du nicht so Okay, jetzt, ich glaube, jetzt sind wir aus dem Tutorial-Modus so gut wie raus. Drücken wir nochmal I und jetzt können wir das Inventar öffnen. Alle Gegenstände werden dort angezeigt, die du erhalten hast. Zaubersprüche per Drag & Drop auf die Quickbar ziehen, damit du einen schnellen Zugriff auf diese Objekte hast, indem du sie mit dem gehaltenen linker Maustaste dort platzierst. Sehr gutes Feature. Deine Spielfigur kann bis zu zwei Waffensets gleichzeitig ausgerüstet haben. Du kannst im Inventar beide Waffensets mit Waffen belegen, indem du per Drag & Drop Waffen auf die Sets ziehst. Die Sets kannst du wechseln, indem du auf 1 oder auf L, ja, kann man schlecht lesen, ob das jetzt 1 oder L ist, aber ich glaube, es ist, oder ein I, oder im Spiel auf egal. Wir wissen, was gemeint ist. Hier sieht man ein Inventar. Das ist unsere Bekleidung. Und jetzt sehen wir mal, was wir hier überhaupt für eine Gilde angehören. Wir sind ein Novize. So, dann haben wir hier einen Missionsbrief. Also es erinnert doch sehr, sehr stark an Gothic und das ist auch beabsichtigt so. Dann hier unsere Klamotten. Ah, und dann hier unsere Waffen. Was haben wir hier? Das ist Kleidung. Das sind wahrscheinlich Mana-Tränke oder Tränke generell. Dann Items und Runen. Okay. Und das ist alles insgesamt. Dann machen wir den mal auf. Und hier steht die Missionsanweisung. Hiermit wird ihm die Aufgabe zugeteilt. Den Bericht für Kategografierung des Tara-Waldes von unserem Ordensbruder und Duxtator Alban. Wer das durchlesen möchte, der kann eben kurz hier auf Pause drücken. Aber ich mache jetzt mal wieder weiter. Ja, dann haben wir hier die zwei Waffensets. Das ist klar. Dann haben wir hier einmal Schwert und Schild. Und beim zweiten Waffenset, wenn wir einen Bogen haben oder dergleichen Armbrust, können wir die hier reintun. So würde ich das sehen. Und auch hier haben wir Level 7, Erfahrungspunkte, nächste Stufe 4400. Also fehlen uns nur noch 100 Punkte und Lernpunkte auch. Attribute, Stärke, Fertigkeit, Geist, Rüstungsschutz, physisch und magisch. In zwei Gruppen unterteilt. Interessant. Gucken wir mal ins Tagebuch, ob da schon was drin ist. Nein, noch nicht. Quests sind noch keine gelaufen, obwohl das wird ein Tutorial-Ding sein. Fähigkeiten. Gucken wir mal unter Fähigkeiten. Einwand. Ein Handwaffen-Novize ermöglicht die Verbesserung der Verwendung von Einhandwaffen. Gut, aber Fragezeichen noch. Zauber. Das können wir noch nicht anwählen. Ja. Oh, da ist jemand zum Reden. Mal gucken. Macht er das automatisch? Geht er automatisch hin? Ich muss hingehen. Hey, du siehst verloren aus. Ah, erst wenn er so Umriss kriegt, dann... Oh, jemand vom Norden. Hier einen von euch zu sehen ist selten. Aber ich freue mich. Du suchst bestimmt die Taverne zum kopflosen Reißer, oder? Und auch hier haben wir Antworten, die wir auswählen können. Ja, woher kennen wir das? Zum Beispiel auch wieder von unserem Lieblingsspiel Gothic. Warum sieht man hier wenige vom Orden? Ich bin auf dem Weg zur Taverne. Ich soll mich dort jemanden treffen. Ignorieren und Gespräch verlassen. Oh, geht der doch noch was? Pfeift vor sich hin. Wenn du zur Taverne müsstest, folge einfach dem Weg. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Gespräch beenden. Okay, er hat noch was zu mir gesagt. Dann folgen wir mal die Taverne. Und hier sehen wir was. Okay, hier kommt schon mal so eine Art Kapitel oder eine Überschrift. Hier haben wir ein Kräuter. Was man... Äther ist das. Okay. Alles, was man konsumieren kann, enthält Äther. Wie viel Äther du gesammelt hast, wird durch die Ätherleiste zu den Füßen deiner Figur dargestellt. Wenn du die Grenze, orangene Markierung, erreichst, bekommst du Schaden. Also passe auf. Alles klar? Äther? Wo ist denn das? Was ist das? Ist das das... Rotkelch? Hier steht Rotkelch. Gibt beim Essen verlorene Energie zurück. Aber da unten ist noch irgend so ein Schädel. Irgend so was, was eine rote Zwölf beinhaltet. Vielleicht ist es das. Okay. Okay, das werden wir im Laufe des Spiels schon erfahren. So, dann weiter. Kann man hier eigentlich überall rumlatschen? So wie wir es halt eben von Gothic auch kennen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Da haben wir doch schon wieder hier irgendeine... Mit was? Mit was? Okay. Geh doch mal in die Richtung hier. Ah, das ist schon mal schlimm. Da muss man sich dran gewöhnen. Wow. Geschafft. So, jetzt muss ich mal gucken. Was war denn hier die Taste nochmal? Das waren... Ach, das war das R. Gut. Können wir das hier auflesen? Tatsache. Zerfetzter Flügel. Schließen. Alles nehmen. Also herrlich. Ich fühle mich echt dran erinnert. Okay, also gehen wir hier in den gefährlichen Wald hinein. Ja, okay. Die Sicht ist natürlich 2D. Erinnert natürlich stark an Retro Gaming. Beziehungsweise diese verpixelten Geschichten. Und wir können nicht in die Ferne gucken. Trotzdem werden wir mal schauen. Ja, hier ist noch was. Es wird sogar gehighlighted. Okay, mal gucken, was das ist. Einmal Rotkelch. Sieht auch genauso aus wie Äther oder so. Gucken wir mal nach. Na, okay. Was ist das? Zerfetzter Flügel. Erst mal gucken, unter was das alles so ist. Ah, das wird Verschiedenes sein. Und das ist irgendwie was zum... Ah, gehört zur Alchemie wahrscheinlich. Zur späteren Alchemieverarbeitung. Ja. So, da hinten ist noch was. Also auch hier immer schön sammeln. Immer schön sammeln. Ach, ich mag das. Einfach mal gucken, sammeln. Und vor allem hier sieht man die Kräuter auch ganz schnell. So, jetzt möchte ich da hin. Komme ich nicht. Springen kann ich nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man springen könnte. Hier gibt es noch mehr Zeug. Und da gibt es noch mehr Zeug. Wie war da wohl hinkommen? Die große Frage. Oh, ein Skelett. Ah, da scheint sich was zu verbergen. In dem Skelett. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir Ratten. Ratten oder Mäuse. Okay, wie war das nochmal? R für Feit. Obwohl das F direkt daneben ist. So. Versuchen wir mal eine Combo. Ah, es hat sogar geklappt. Okay, okay. Dann schauen wir mal, ob die was haben. Roßfleisch. Logisch. Wie kann es anders sein? Roßfleisch. Ehrlich. So, dann haben wir wieder so eine riesige Pflanze. Eine Lebensblüte. Ähm, roßfleisch. Lebensblüte. Macht aber auch irgendwie... Ich bin da noch nicht dahinter gekommen, was das mit dem blauen Schädel ist. Und der roten 12. Okay. Ähm, wieder zurück. Wir wollen ja schließlich zur... Okay. Zu dieser Laterne da. Quatsch. Zu dieser Taverne. Zu der roten Laterne. Ah, ja. Mal schön sammeln. Ah, ja. Und was fällt uns auf? Wir haben ein Tagesablaufsystem. Also es wird auch abends, nachts, morgens... Das ist schön. Kann man hier irgendwas machen? Nein. Taverne zum kopflosen Reißer. Ja, genau so heißt die. Aber erstmal machen wir einen kleinen Abstellschel. Und holen nochmal hier diese Lebensblüte. Boah, man soll ja nicht nachts irgendwie in den Wald stapfen, ne? So. Nein, ist da noch was? So. Zack. Da unten habe ich noch was Blaues gesehen. Ah. Das ist jetzt blöd. Oh, die hat mich ent... Ah, wenn die mich entdeckt hat... Gut. Dann... Aha. Dann... Oh, nee, nee, nee. Da ist ein Wolf. Kein Bock. Leute, nee. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Okay. Aha. Also wenn ich in die Richtung gucke und ich gehe nach oben, dann läuft er rückwärts. Etwas langsamer, als wenn ich nach oben gehe. Und da haben wir doch schon mal was. Das ist er. Jetzt kommt hier so ein Zahnrad. An alle, die sich ein paar Splitter verdienen wollen. Aktuell treibt ein größeres Rudelreißer sein Unwesen und reißt meine Schafe. Ich habe schon mehrere Schafe verloren und bin auf der Suche nach jemandem, der sich um das Problem kümmert. Die Belohnung für das Töten der Reißer beträgt 150 Splitter. Melde dich bei mir am Tresen für weitere Informationen. Olaf, Gastwirt der Taverne zum kopflosen Reiter. Einmal eine Reißer, ein Reißeraushanger. Ach, den habe ich sogar abgerissen. Hey, du kommst mal her. Komm du mal her hier. Mit dem los. Ja und? Was willst du? Ähm, 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 und Regen. Hier regnet es auch. Äh, kann ich jemandem einen Gefallen bitten? Seufzt schwer. Wer bist du überhaupt? Ich bin Olven. Ich arbeite bei Olaf in der Taverne. Nun ja, ich muss wohl eher sagen, ich habe dort gearbeitet. Du hast dort gearbeitet? Was passiert? Ja, äh, ich ist, äh, Olaf der Gastwirt hat mich rausgeschmissen, verdreht die Augen. Er sagt, ich arbeite nicht genug und trinke nur. Dabei habe ich nur ein Bier getrunken und den Schafen geht es gut. Gut, die sind doch auf der Weide. Warum brauchen die denn noch zu Heu zum Fressen? Jetzt kann ich nicht, jetzt kann ich nirgends mehr hin. Gut, okay, ich wurde jetzt gerade eben unterbrochen. Ich hoffe, es läuft alles noch. Ja. Gut, es ist ein bisschen dunkel geworden. Um was für ein Gefallen handelt es sich? Nun ja, hast du zufällig Bier dabei? Wenn du ein Bier besorgst, kann ich dir im Gegenzug ein Geheimnis verraten. Schaut sich um. Es wird sicher für dich lohnen. Das ist das. Denn das Geheimnis scher dich weg. Nö, wir wollen mal gucken, was er uns für eine Quest anbietet. Ich weiß von einem Ort, an dem du viele Splitter finden kannst. Dort lagen auch Schätze und Waffen. Für ein Bier verrate ich dir, wo du den Ort finden kannst. Warum gehst du nicht zu diesem Ort und holst dir die Splitter selber? Ich bringe dir ein Bier. Wehe, du verarschst mich. Scher dich weg, du trunken wollt. Äh, mal gucken. So einfach ist das nicht. Ich war dort und wollte den Schatz mitnehmen. Aber dann habe ich Reißer gehört und bin weggelaufen, so schnell wie ich konnte. Ich bin kein Kämpfer, sondern nur ein einfacher Mann. Ich bringe dir ein Bier. Aber wehe, du verarschst mich. Okay. Nein, nein. Ich würde dich niemals verarschen. Ich warte hier. Bitte beeile dich. Okay. Das ist jetzt der neue Tagebucheintrag. Kennen wir ja auch. Schauen wir mal. Also, aktuell erledigt. Stopp mal. Ach, Botendienst. Ach so. Endlich bin ich angekommen. Das war das mit dem Brief. Habe ich jetzt übersehen. So, Alkohol und seine Folgen. Vor der Taverne hungert ein Mann namens Olfen herum. Er bat mich, ein Bier zu bringen. Klingt fair. Eine Taverne sollte ich wohl ein Bier kaufen können. Gucken, ob ich mit Escape kann. Kann ich auch zum machen. Herrlich. Dann wollen wir mal gucken, ob wir ganz nervös am Regen am Rumlaufen. Hier können wir schon mal rein. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Mit Erd ziehst du deine Waffe, steckst sie wieder weg. Ja, das habe ich mitgekriegt. Ja, hier sind ein paar Leute. Das ist bestimmt der Wirt. So. Und das ist eine Frau. Und das ist es. Fragen wir mal. Verschwinde, ich möchte mit dem Orden nichts zu tun haben. Okay. Du hier. Schade. Ich wünsche mir so einen Doppelklick, dass er automatisch dahin geht. Lächel dich an. Hallo Reisender. Schön, dich hier zu sehen. Wenn du was zum Essen oder Trinken suchst, sprich mit meinem Vater Olaf. Du findest ihn hinter der Theke. Wer bist du? Mein Name ist Kaola. Kaola. Und ich bin die Tochter von Olaf. Wir beide arbeiten hier in der Taverne und halten sie am Laufen. Ich helfe Olaf, bediene die Gäste. Ich kenne jeden Gast beim Namen. Ich bin hier, um mich mit jemandem vom Orden hier zu treffen. Sein Name ist Alban. Aber nicht Dr. Alban. Alban war hier. Er hat mir abends immer aus seinem Buch vorgelesen. Ich war leider noch nicht weit weg von hier und habe noch nicht viel von der Welt gesehen. Es ist unglaublich, was er mir erzählt hat. Wusstest du, dass es einen See gibt, der so riesig ist, dass man sich auf ihn verlaufen kann? Übrigens, ich mache das alles spontan jetzt mit der Stimmänderung, wie es mir einfällt. Nein, weißt du, wo ich albern finden kann? Ich habe ihn seit ein paar Tagen nicht mehr gesehen. Ich dachte, er ist weggereist, weitergereist. Lange haben die Leute hier nichts. Was? Lange bleiben die Leute hier nicht. Meistens nur ein bis zwei Nächte. Olaf weiß bestimmt mehr. Ich frage mal, Olaf. Danke dir. Gut. Du willst in Ruhe gelassen werden. Und wer seid ihr denn hier, ihr Fighter? Ach, schau mal, Karten. Hier schon wieder so ein Ordensgesinde aufgetaucht. Dieser steht sogar... Nee, sieht sogar noch viel jünger aus als der Letzte. So etwas nehmen die beim Orden also auf. Was ist dein Problem? Ich bin auf der Suche nach einem Ordensbuch namens Alban. Ja, das Erste könnte provokant sein. Aber fragen wir trotzdem mal. Mein Problem ist, dass ich deine Fresse sehen muss. Keiner will euch hier haben. Ihr kommt hierher und erlaubt euch alles. Der Familie gehört das Land und nicht euch. Also das sind schon mal klare Ansagen. Ich spiele zum allerersten Mal. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt oder was los ist. Wie kann jemandem ein Land gehören? Ich bin auf der Suche nach... Okay, ich mach's mal. Pass auf, du Klugscheißer. Ich würde dir am liebsten hier und jetzt aufs Maul hauen. Leider wurde uns das untersagt, um Streitigkeiten zwischen Familie und dem Orden zu vermeiden. Deswegen rate ich dir zu verschwenden, sonst vergesse ich mich. Leute, ich find's klasse. Also das ist mal wieder so eine raue Sprache wie in Gothic. Auch da haben sich hier diese Just2D-Fraktion, also die Entwickler gehalten. So, okay. Dann fragen wir mal, wo denn der Ordensbruder Alban ist. Oh ja, ich hab deinen Ordensbruder gesehen und auch auf den Ordensbruder am Fluss. Und auch den Ordensbruder. Ich bin ein Krieger und beobachte meine Umgebung sehr genau und nehme alles wahr. Kannst du mir sagen, wo Alban ist? Jetzt mal. Aha, hör dir das? Also der andere heißt schon mal Karten. Dieser Ordensgämpfer möchte meine Hilfe. Verpiss dich. Ich finde ihn schon auch ohne dich. So, dann wollen wir mal den Karten hier ansprechen, wenn er denn ansprechbar ist. Ach nee, geht nicht. So. Nee, okay. Der ist nicht, highlightet sich nicht. Gut, okay. Die sucht immer noch nach Gästen. Dann fragen wir doch mal den Olaf. Ha. Das ist ja was. Da sieht man nie jemanden vom Orden und dann kommen sie in so kurzer Zeit gleich zwei von euch. Okay. Ich sage dir das gleiche wie deinem Ordensbruder. Wenn du dich hier mit der Familie prügeln willst, nicht in meiner Taverne. Ach so, der Alban ist ja auch einer von den Ordensleuten. Klaro. Ich bin nicht hier um zu all der D-Einwerferne-Familie fern. Die sind nicht gut auf dich zu sprechen. Es kommen so gut wie nie Ordensleute hierher. Du wirst hier nicht viele Freunde finden. Bald, was hat er gesagt? Bald bringe ich ihn um? Das habe ich jetzt nicht sehen können. Ach. Okay. Was die da beiden eben machen da, das sind die SVMs. Also das sind die Smalltalks, sage ich jetzt mal. Perfekt. Detailreich. Cool. Okay. Du hattest Glück, dass ich diese Taverne leite. Mein Name ist Olaf. Und wenn du irgendwas brauchst, kannst du dich bei mir melden. Sei es was ordentliches zum Trinken oder nur Information. Natürlich nur, wenn du auch genug Splitter hast. Ich bin hier, um mich in meinem Ordensbruder zu treffen. Wo bin ich hier? Okay. Da wird er wahrscheinlich sagen, genau. In der Taverne zum kopflosen Reißer. Die einzige Taverne in der Nähe. Hier gibt es auch das beste Bier in ganz Drahheim. Ah, Drahheim. So. Okay. Ich dachte, ich gehe jetzt in Flammen auf mit irgendeiner Magie. Aber dabei habe ich... Moment. Ah, ich kann nicht da raus. Um im Inhalt zu gucken. Vor ein paar Nächten kam einer vom Orden hierher. Er hatte eine merkwürdige Rüstung. Das Material hat geglänzt und die Farben wirkten ungewöhnlich. Auf deiner Rüstung ist das gleiche Wappen. Hier wieder oben. Oh Mann, dieses Bier schmeckt wie Pisse. Das kriege ich nur aus den Augenwinkeln mit. So. Auf deiner Rüstung ist das gleiche Wappen... Nee, ich liebe dieses Bier hier, okay? Die soll mich nicht ablenken. Rüstung ist das gleiche Wappen und auch die gleiche blutrote Farbe. So, das habe ich noch nie gesehen. Weißt du noch, wie er hieß? Lass dich nachdenken. Ja, genau. Sein Name war Alban. Er hat ein Zimmer gemietet und abends sah ich ihn immer mit seinem Buch an Feuer sitzen. Da hat er ständig etwas Mögliches, ständig alles Mögliche reingeschrieben und gezeichnet. Tja, und dann war er weg. Weiter. Oh Mann, der eine sagt, das Spiel back me Pisse. Herrlich. Okay. Wir haben uns viel unterhalten und er hat mir etwas über seine Arbeit beim Orden erzählt. Er wirkte für mich nicht wie jemand, der abhaut und seine Zeche nicht zahlt. Vor allem hat er seine ganzen Sachen nach oben auf seinem Zimmer. Okay. Vielleicht ist ihm etwas passiert. Kann natürlich sein. Ich muss ihn unbedingt finden. Aber na klar doch. Ich gebe dir den Schlüssel und du kannst dich dort umsehen. Wenn wir schon mal dabei sind, gebe ich dir auch gleich die Schlüssel zu den anderen Räumen, um dich auch noch umzuschauen. Das ist nett von dir. Alles klar, was willst du für den Schlüssel? Okay, erstmal, das ist nett von dir. Bist du auf den Kopf gefallen? Ich kann doch nicht einfach jedem durchgelaufenen die Schlüssel zu meinen Räumen geben. Dann würde nie wieder jemand bei mir übernachten wollen. Logisch. Okay, ich kenne Alban und ich bin auf der Suche nach ihm. Wenn ihm was passiert ist, muss ich herausfinden, was. Oh, jetzt kommt ein Handel. Eine Handelgeschichte. Ich mache mir auch Sorgen. Ich schätze ihn nicht so ein, dass er einfach verschwindet. Ich kann dir den Schlüssel geben, wenn du restliche Zeche von ihm zahlst. Das sind 200 Splitter. So viele Splitter habe ich nicht. Ich besorge dir 200 Splitter. So. Jetzt wünsche ich mir, dass ich im Inventar reingucken kann, um genau zu gucken, was ich habe. Ich habe aber nichts zu erkennen. Schade, schade, schade. Aber wie schon gesagt, es ist in Entwicklung. Es ist schon eine spielbare Demo-Version. Ich finde, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich sage einfach mal, so viele Splitter habe ich nicht. Tagbuch aktualisiert. Ich glaube, meine Tochter Kaola braucht Hilfe, da unser Arbeiter Olven nicht mehr hier arbeitet. Ansonsten frag einfach mal die anderen Besucher, ob sie deine Hilfe gebrauchen können. Alles klar. Danke dir für die Information. Wenn es dunkel wird, solltest du nicht draußen sein. Man erkennt seine eigenen Hand vom Gesicht nicht. Und es ist auch sehr gefährlich. Aber ich habe leider kein Zimmer frei, welches ich dir anbieten kann. Aber du kannst dich draußen im Heuschlafen legen. Na, das ist ja ein Angebot, nicht? So, beim Schlafen verarbeitet man das Gelernte auch besser. Deswegen sollte man sich regelmäßig hinlegen. Nur durch guten Schlaf wird man stärker. Und das ist auch wirklich so im richtigen Leben. Danke für deine Hilfe. Oh, jo, jo. Jetzt sind wir hier echt gefangen in einer Dialoggeschichte. Wir können aber auch... Pass mal. Das ist jetzt der Standard-Dialog gewesen. Das erste war ja der Quest-Dialog. Jetzt fragen wir mal Kaola, wenn sie jetzt mal stehen bleiben würden hier, ob wir ihr helfen können. Ich greife leise zu sich sehr. Führen die Nächtlichen rein. Und wiegen und tanzen und singen dich ein. Ich möchte mir ein paar Splitter verdienen. Und Olaf meinte, dass du meine Hilfe gebrauchen könntest. Oh ja, das stimmt. Schau traurig. Olven hat mir zuvor immer geholfen. Aber leider hatten Olaf und er Streit. Und jetzt muss ich mich um die Schafe kümmern. Verstehe mich nicht falsch. Ich arbeite gerne mit den Schafen. Aber mir fehlt Olven. Lass mich raten. Ich soll mich jetzt um die Schafe kümmern. Warum gab es Streit? Ganz genau weiß ich das auch nicht. Olven wirkte auf einmal sehr traurig und hat viel mehr Alkohol getrunken als sonst. Ich wollte mit ihm reden, aber er wollte nicht. Er hat dann viel lieber getrunken, als sich um die Schafe zu kümmern. Lass mich raten. Ich soll mich jetzt also um die Schafe kümmern. Grinst du mich schlau? Es wäre aber nur eine einmalige Sache. Die Schafe sind gerade auf der Weide und Reißer ziehen umher. Deswegen habe ich ein bisschen Angst, alleine auf die Weide zu gehen. Wenn du ihnen das Heu bringst, gebe ich dir ein paar Spelitter. Ich kümmer mich da drum. Du findest Heu außerhalb der Taverne unter dem Holzstadel. Jo, Stadel, geh. Nimm dir dort einfach für jedes Schaf ein Heubündel. Die Schafe findest du wesentlich westlich vom Gasthaus. Du musst einfach dem Weg folgen. Ich komme wieder, wenn die Schafe gefüttert sind. Ach, noch was. Das Schaf Liesel... Ich liebe ja solche Anspielungen. Ich liebe sie. Das Schaf Liesel ist sehr schlau und neugierig. Es bricht manchmal aus. Versuche alle Schafe in die Weide zu bringen und pass auf Liesel auf, wenn sie nicht hören möchte. Rede einfach gut zu. Und ich soll mit dem Schaf reden? Ob du es mir glaubst oder nicht, Schafe sind schlauer als du denkst. Liesel merkt es, wenn du ihr was Gutes tun möchtest. Erzähl dir einfach, dass du Heu hast und sie folgt dir überall hin. Na ja gut, ich schüttere die vier Schafe und komme dann wieder. Okay, Inventar, Tagebuch. Botendienst, ist klar. Endlich bin ich angekommen. Ordensbruder, das ist jetzt für den Ordensbruder, der draußen vor der Tür steht. Vor der Taverne lungert ein Mann. Gut, und auch Schafe haben Hunger. Das ist die Quest für Kaola. Fähigkeit habe ich noch nicht. Zauber, Inventar. Jetzt stehen wir auf Level 8. Lernpunkt, ach 5. Es gibt nur 5 Lernpunkte. Na gut, okay, muss nicht alles gleich sein. Es kann natürlich sein, dass irgendwelche Fähigkeiten, die man bei wem irgendwo erlernen kann, ähm, kriegt. So, dann machen wir das mal wieder zu. Und, ähm, gehen wir raus. Oder speichern wir mit F5 ab. Genau, das können wir quicksafe machen. So, alles klar. Kommen wir hier raus. Ach hier, da ist die Tür. Okay, alles gut. Insgesamt kannst du 2 verschiedene Waffensitze tragen. Sehr gut, das sind immer gute Tipps. Oh, es ist schon wieder Nacht. Äh, Quatsch, es ist schon wieder Tag. So, das sieht hier nach den Schafsbündeln aus. So, 4 mal Schafshäu. Gucken wir mal rein. Ähm, da, 4 Stück. Für 4 Schafe. Also braucht man sie nicht einzeln nehmen. Das ist gut. Okidoki. Machen wir mal. Kurz Pause habe ich gemacht. Also, das habe ich weggeschnitten. Ist klar. Ich muss unbedingt mal einen Kaffee trinken. Muss auch mal sein. Jetzt, äh, hier können wir noch was sammeln. Das ist wieder ein Rotkelch. So. Oh, die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kann sich an fast alles gewöhnen. Jetzt, äh, ist er hier wieder da. Kann ich denn hier rum? Ja. Ich kann hier auch den Rotkelch oder irgendein, auch mal einen Rotkelch. Sehen die denn alle gleich aus? Ich gucke noch mal eben ins Inventar hinein. So, zweimal Lebensblüte und Rotkelch. Sieht also anders aus hier, als wir es im Hauptspiel sehen. Jo, ok. Dann, äh, Tagebuch. Wo waren denn noch mal die Schafe? Waren die links oder rechts? Oh, die tolle Högerolstadel. Neben der Taverne. Haben wir gemacht. Die Schafe befinden sich westlich von der Taverne auf einer Weide. Ok. Ich sollte darauf achten, dass sich alle Schafe innerhalb des Zauns befinden. Schaf. Liesel scheint gerne auf einem... Ok. Das heißt also, wir müssen uns westlich bewegen. Ja, ok. Aha, das Haare abweilt. Süß. Ok. Das wird wohl das Liesel sein, weil hier ist kein Umriss. Ok, das heißt also, ein Schaf scheint weg zu sein. Aber erst mal gucken wir mal. Ähm, was passiert, wenn ich hier... Ah, doch. Ich war nur nicht dran. Nah, nah genug dran. Muss mich mal auch noch dran gewöhnen. Du siehst ein dickes Schaf, welches vor dir auf der Wiese steht und genüsslich Gras frisst. Ähm, hallo Schaf. Heu geben. Hier ist dein Heu. Ähm, hallo Schaf. Das Schaf frisst gemütlich weiter und ignoriert dich. Nein. Will dir Heu geben. Ok. Heu geben. Der Schaf dreht sich, sobald das Heu sieht, zu dir um und frisst die sofort aus der Hand. Äh, ja. Erinnert mich übrigens als eine Modifikation von Bisasamen. Äh, die... Und zuletzt entstand der Mensch. Da musste man auch die Tiere anfüttern, damit sie... damit man sie zähmen konnte. Diese Schaf fällt von allen Schafen aus der Weide am meisten auf. Es ist eindeutig das größte Schaf und scheint dich schon die ganze Zeit aufmerksam zu beachten. Ähm, hallo Schaf. Was? Er stupst dich mit dem Kopf leicht an und mäht laut. Zurückstupsen. Das Schaf schaut dir zu dir hoch und kneift die Augen zusammen. Danach mäht es einmal laut und dreht sich von dir weg. Ähm, nö, komm. Ich geb dir mal Heu. Das Schaf stupst plötzlich deine Hand an, sodass dein Heu auf den Boden fällt. Danach stupst es dich kurz an und fängt an, das Heu von dem Boden zu essen. Äh, aber es ist nicht Liesel, ne? Es hat ja keine Namen oben drüber. Ist ja noch was. Ähm, hallo Schaf? Nee. Okay, passiert nichts. Dann gehen wir mal zu diesem Schaf hier. Du erblickst ein kleines Schaf, welches dich neugierig mit großen Augen anguckt. Ähm, hallo Schaf. Bist du eventuell Liesel? Ach, wie süß. Als das Schaf deine Stimme hört, schmiegt es sich sofort an dich und du hörst es leise mähen. Mähen? Es hat die Augen geschlossen und drückt sich immer fester an dich. Na, na, na. Streicheln? Mal gucken. Du spürst, wie sich das Schaf entspannt und sich enger an dich kuschelt. Es mäht nur noch ab und zu leise und streicht seinen Kopf gegen deine Hand. Versuchen aufzustehen? Was heißt das? Als du im Versuchen machst, aufzustehen, schaut es dich traurig mit großen Augen an. Äh, ja, okay. Wir gehen. So. Haben wir jetzt denn alle gefüttert? Nee, eins habe ich vergessen zu füttern. Moment. Nein, hier ist die Option nicht. So, wie kann ich jetzt wieder raus? Space, was macht Space? Space macht nichts. Ähm, Escape auch nichts. Nein, ich muss was auswählen. So, weggehen. Hier hin. So, Heu geben, hier ist dein Heu. Tagebuch aktualisiert. Das Schaf fließt langsam auf der Hand. Es beobachtet dich und du könntest schwören, dass es dich dabei liebevoll anlächelt. Ja, okidoki. Tagebuch eintracht. Unter Inventar. So, auch Schafe haben Hunger. Oder was war das? Nö. Was habe ich denn da eben gesehen? Auf die Schnelle konnte ich das jetzt gerade eben nicht so sehr lesen. Oder gab es Level 8 Erfahrung Lernpunkte 5? Nö. Habe ich jetzt leider nicht sehen können. Das geht manchmal ein bisschen zu schnell. Okay. Aber wir merken, es wird Nacht. Und, äh, ach du liebes bisschen. Okay, da können wir auf jeden Fall hier mal einen Rotkelch wieder nehmen. Okidoki. Okidoki. Ja, ha, ha, ha. So. So, dann gehen wir mal wieder zurück in die Taverne. Vielleicht gibt es dann da... Bumm. Okay, kommen wir mal rein. So, Kaola. Gespräch beenden. Okay, es gibt nichts Neues. Hm. Ich muss da Schaf Liesel finden. Was ist denn, wenn ich reingehe? Wieder rausgehe, meine ich. Ist es dann wieder neuer Tag? Was war das mit dem Perception-Modus mit der rechten Maustaste? Stärke. Okay. Was gibt es denn hier noch Neues freizuholen? Oh ja, Tatsache, da hinten. Ne. Lernpunkte 5, Stärke. Geist. Äh, Moment. Was ist denn hier los? Hier kann ich was ändern. Stärke. Ah, verstanden. Hier kann ich mich upgraden. Stärke, Fähigkeit, Geist. Also kann ich dann hier sozusagen machen wir mal zack, zack, zack. Einmal Fähigkeiten. Ach, das ist das Bett gewesen, wo ich übernachten konnte. Okay. Aber es ist immer noch Tag hell. Verstehe ich zwar noch nicht so ganz, aber konnte ja hier schlafen, hieß es. Ah, ich kann hier sogar noch weiter rein. Okay. Ja, wo bist du denn? Hier geht's nicht weiter. Gucken wir mal hier. Okay, kommt hier das gleiche dabei rum. Ja. Das ist jetzt echt ulkig. Ja, also nicht schlafen. So, das Schaf Liesel ist noch zu finden. Weil Dreie haben wir ja Tag Arbeit. Uh, ist kaputt. Ja, wir wissen ganz genau, dass ein Schaf fehlt. Wo soll's denn jetzt sein? Wer ist das? Okay, dann gehen wir da mal hin. Sieht aus wie ein Indianer. Oder ein Eremit. Oh, hier, Raben. Wow. So, wer bist du denn? Richtig mit sich selber. Das verdammte Vieh hat mich angegriffen. So ein Mist. Endlich hat es aufgehört zu bluten, aber die Schmerzen sind unerträglich. Hast du Alkohol dabei? Ich habe leider keins dabei. Ah, so ein Mist. Ein Bier würde jetzt helfen. Wieder einer, der Bier braucht. Die Schmerzen zu lindern. Warum muss ich mich ausgerechnet einen Ordensmann finden? Einer von der Familie hätte wenigstens immer was zu trinken dabei und lacht dabei bitter. Ganz langsam. Erzähl mir erst mal, was passiert ist. Ich wurde von einer verdammten Bestie angegriffen. So eine Mutation habe ich noch nie gesehen. Ich konnte nichts gegen dieses Vieh ausrichten. Was war das für eine Mutation? Es scheint davor ein Mensch gewesen zu sein. Um genauer zu sein, es wirkte für mich wie ein Junge. So ein Mist. Meine Pfeile und Schläge konnten seine Haut nicht durchdringen. Was machst du auch alleine? Mein Name ist Fahol und ich nahm den Auftrag von Olaf dem Gastwirk an, die Reißer hier zu jagen. Ich war auf der Suche nach den Viechern und wurde von dieser übermenschlichen Bestie überrascht. Ich konnte gerade noch so fliehen, aber es hat mich wohl übel erwischt. Ich weiß nicht, ob ich die Reißer noch jagen kann. Tja, ich kann dir dabei helfen eventuell. Ich brauche mal deine Hilfe vom Orden. Das hätte ich auch nie gedacht, aber ohne dich schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Stöhnt. Kannst du überhaupt mit dem Bogen umgehen? Nee. Habe keinen Bogen und auch nicht wirklich Erfahrung mit dem Bogenschießen. Das kann ja was werden. Wenn wir die Reißer getötet haben, machen wir Hälfte Hälfte mit den Splittern, die ich als Belohnung bekomme. Uh, da bin ich ja mal gespannt. Das klingt gut. Ich bin dabei. Ach, neuer Tagebucheintrag. Da ist es. Hier, nimm meinen Bogen. Ich kann jetzt gerade eh nicht gebrauchen. Siehst du, dort oben auf den Klippen die Raben, probiere sie abzuschießen. Die sind so auf Fressen konzentriert. Das sollte für dich kein Problem sein. Alles klar, danke dir. Ja, äh, speichern. Neuer Tagebucheintrag. So, Reißer, Verjagd. Faul wurde von einer Bestie angegriffen, ist verletzt. Er kann die Reißer nicht lange mehr alleine tragen. Benötigt Hilfe, um mir zu zeigen, dass ich der Aufgabe gewachsen will. Soll ich ihm zeigen, dass ich mit dem Bogen umgehen kann? Ich soll die zwei Raben auf den Felsen direkt neben dem Lagerfeuer abschießen. nichts leichter als das. Aber erstmal müssen wir mal gucken, wie wir unser unseren zweiten Slot hier ja, das sieht doch gut aus. Aha, ein Bogen. Das wird auch gleich hier gezeigt. 20 Pfeile hier rein. Ist das denn jetzt so richtig? Pfeile, ein normaler Pfeil wird von einem Bogen benötigt. Okay, Kurzbogen. Gucken, was wir hier für Schaden haben. Oh, hä? Ja. 10 Stärke. Aha. 10 Fähigkeiten und 10 Geschick. Wahrscheinlich da unten für die Fähigkeiten. Ein normaler Pfeil. Okidoki. Dann haben wir das Ganze ja jetzt angelegt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das jetzt funktionieren soll. Also mit R. Ach, guck mal. Okay. Ach ja. Ich habe übrigens die ganze Zeit die linke Maustaste geklickt und er hat so automatisch hat er das Ziel fixiert. Ja. Oh, hier gibt es Pilze. Kann ich die auflesen? Nein, kann ich nicht. Erstmal wieder einstecken. dann sind sie nicht auflesen. Ich will Dunkelpilze sammeln. Oh, da kann ich ja noch mehr. Oh, da ist was. Das war bestimmt noch weiter. So, habe ich das jetzt geschafft? Ah, na, mit dem Bogen kannst du ja umgehen. Gut, das wirst du auch brauchen. Diese Viecher sind verdammt gefährlich. Ich kann dir auch beibringen, wie man besser mit dem Bogen schießen kann. Bogenschießen interessiert mich nicht so. Ich bin eher der Nahkämpfer. Zeige mir, wie ich besser mit dem Bogen umgehen kann. Kosten. Fünf Lernpunkte in der Klasse, die habe ich ja eben verballert. In Geschick und Geist oder Stärke auch. Ja, Stärke und Ich glaube, du brauchst noch ein bisschen Erfahrung mit dem Bogen, bevor ich dir neue Sachen beibringen kann. Komm wieder, wenn du vertrauter mit dem Bogen bist. Nicht genug Lernpunkte. Ja, wir müssen uns wie Reiser kümmern, kratzt dich am Bad. Als ich den Spuren gefolgt bin, wurde ich von dieser Bestie angegriffen. Deswegen weiß ich nicht genau, wo das Lager ist. Kennst du dich mit der Spurensuche aus? Ich habe noch nie Spuren untersucht. Das war auch nicht anders zu erwarten von einem Ordensmann. Da vorne ist eine Spur von einem Tier. Folge der Spur und finde raus, welchem Tier diese Spur gehört. Was hast du denn für ein Problem mit dem Orden? Ganz ehrlich, du hast doch noch Glück, wie ich über den Orden rede. Wenn du mit jemandem von der Familie sprichst, kannst du dich freuen, wenn dein Kopf noch da ist, wo er hingehört. Ich halte mich aus den Problemen raus, die zwischen der Familie und dem Orden bestehen. Aber das heißt nicht, dass ich das, was der Orden tut, für gut halte. Was tut denn der Orden? Was tut der Orden denn, was so negativ ist? Ich glaube, es ist eher die Art, wie es der Orden tut. Sie tauchen auf und tun so, als wären sie schon immer hier gewesen. Sie durchsuchen die alten Ruinen und experimentieren mit dem Äther. Das alles ist merkwürdig, aber genug davon. Folge den Spuren da vorne und finde raus, welchem Tier diese Spuren gehören. So, jetzt mach aber mal. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich soll die Spuren von einem Tier verfolgen? Jeder fängt klein an. Wenn du dieser Spur folgen kannst, kannst du auch den Spuren der Reißer folgen. Sie sind zwar clever, aber ihre Spuren können sie nicht verwischen. Grinst und stöhnt. Konzentriere dich einfach auf die Spuren und versuch das Muster zu erkennen. Ich werde das Tier in die Spuren gehören finden. So, ah, hier steht das mit dem Perception-Modus. Wenn du die rechte Maustaste gedrückt hältst, wechselst du in den Perception-Modus. Du kannst den Perception-Modus nur innerhalb des Untersuchungs-Modus verwenden. Als Feedback wechselt dein Maus-Icon zu einem Auge. In diesem Modus werden bestimmte Objekte in der Welt hervorgehoben. Das hört sich gut an und können nur damit entdeckt werden und erkannt werden. Um Objekte genauer zu untersuchen, muss der das Auge über das zu untersuchende Objekt gehalten werden, bis es sich vollständig gefüllt hat. Muss der das Auge über das Müsse noch ein bisschen. Aber das ist ja alles. So, Perception-Modus. Zack, da ist es. Aha. Und was sehen wir hier können wir denn dabei? Ah, dabei können wir auch. Achso, ist das. Eine Art Witcher-Modus, ne? Aha. Oh! Hilfe! Hilfe! Ah, Mist! Okay. Los! Schieß doch den Wolf ab, da. Ach, ein Mist. Ein Mistvieh weniger. So, ihr wisst jetzt genau, das kann nur von Gothic-Fans kommen, so etwas. So, jetzt wollen wir mal hier gucken. Roes Fleisch und zerrissenes Fell. Zerrissenes Fell, okay. So, ähm, ja, machen wir nachher die Dinger. Ja, ich bin nicht so arg verletzt, aber haben wir jeder. Hast du herausgefunden, welches Tier das zwischen Spuren gehört? Die Spuren gehörten zu einem Reißer. Ich vermute, die Spuren gehören zu einem Snapper. Snapper, Schnapper. Ganz eindeutig, die Spuren gehören zu einer Blutfliege. Zeige mir, wie ich besser mit dem Bogen umgehen kann. Naja, klar, und ich schaue mich nochmal um. Ich war mir nämlich nicht sicher. Was stand denn da? Warte mal. Also erstmal hier. Ah, der Perception-Modus funktioniert nicht bei gezogener Waffe. Okay. Der Wolf kam ja oben raus, also kann das nicht... Oh, ich sollte mit Pfeilen aufpassen, ne? Ich hab da nicht so viele Pfeile, oder? Ähm, 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 13 Stück. Naja. Okay, können wir trotzdem mal ausprobieren hier. Die gibt da... Gibt es da eigentlich... Oh, bewegt sich. Jetzt. Oh, das ist jetzt... Bist du nicht kaputt? Ah, nicht getroffen. Okay, auch das finde ich gut, dass wenn man zu weit weg ist, nicht unbedingt immer alles trifft. Okay, mit Q werden wir mal hier die Waffe wechseln. Das Waffen-Set wechseln. Und, äh... Das Ganze mal so machen. Okay, okay. Und, äh, Fleisch holen. Alles nebenher. Ja, okay. Alles nebenher. Hm, Perception-Modus. Okay, was... Was war das? Ah, es ist eine Rattenspur. Ich sollte zurück zu Faol. Ah, das ist interessant. Es ist eine Rattenspur gewesen. Okay. Dann, äh... Gehen wir mal wieder hier hin. Hast du herausgefunden, welches Tier? Ja. Ähm... Ich bin Spuren gefolgt. Bis zu einem Nest gehören zu einer Ratte. Genau, das ist es. 50, 150 Erfahrungspunkte. Cool. Ja, das könnte passieren. Du sollst die Spuren der Reißer schnell erkennen können, da diese noch auffälliger sind. Boah, wo finde ich die denn? Ich habe angefangen, den Spuren bei der Weidefläche nicht am Osten von hier zu folgen, aber am besten fängst du auch dort an. Nördlich von den Weideflächen beginnen die Spuren. Ja. Da schätze die Reißer nicht. Wir wissen auch nicht, wie viele es sind. Gegen einen kommt man gut an, aber bei mehreren sind sie sehr gefährlich. Wenn du ihren Unterschlupf gefunden hast, komm zu mir zurück und wir jagen sie gemeinsam. Hört sich gut an. Reißer sind kein Problem für mich. Nee. Alles klar, wenn ich das Lager der Reißer finde, komme ich zurück. Was, Katzihan Baden schaut sich skeptisch an. Falls du noch in einem Kampfgerät sollst, könnte dir das helfen. Das ist eine Äther-Rune und du kannst diese nur benutzen, wenn du einen Bogen mit einem Bogen ausgerüstet bist. Wenn du einen Bogen ausgerüstet hast. Okay. Damit verzauberst du deinen Pfeil und den Pfeil möchtest du dann nicht abbekommen. Der Nachteil ist, dass der Flow kostet. Ja. Okay. Besser ist es, dass du zuerst Flow aufbaust. Das tust du am leichtesten, wenn du Gegner im Kampf triffst und ihnen Schaden zuflügst. Okay. Das bedeutet aber auch, dass du Flow verlierst, wenn du getroffen wirst oder wenn du Flow-Fähigkeiten benutzt. Sei vorsichtig und überlege dir gut, was du tust. Alles klar, ich passe auf mich auf. Äh, Flow. Okay. Nur wenn ich mit einem Pfeil und Bogen ausgerüstet bin. Aha. Da unten ist was. Gucken wir mal, wie sich das heißt. Wie das heißt. Das ist der E-Tab-Pfeil und das ist der Ansturm. Also werde ich das benutzen müssen später mit der Taste 2. Okay. So, was haben wir hier? Ach, das ist so eine lustige Fliege. So, aber trotzdem östlich davon. Wie östlich? Wie weit östlich denn? Ach, wenn ich Perception-Modus mache, dann bin ich auch langsamer. Oh, oh. Was war das jetzt? Das ist ein Wolf. Oh, ja. So. Aber der kommt noch nicht. Oh! Genau richtig. So läuft das. Oh, oh. Wow. Also ich habe mir mal diesen den Einser genommen. Diesen Ansturm. Oh, alles nicht. Okay, dann haben wir das jetzt gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist mit Nahrungsaufnahme. So, das wäre das hier. Lebensblüte 30. Rohes Fleisch. Zur Not essbar. Sollte aber lieber an einer Feuerstelle gebraten werden. Gib beim Essen verloren Energie zurück. Gib beim Essen... Mhm, okay. Ähm, machen wir das mal. Okay. Gut. Äh, an einer Feuerstelle gebraten werden. Moment. Dann gucken wir doch mal gleich. Biola hat doch da eine Feuerstelle. Da. Dann gucken wir doch mal, ob er... Ja! Lagerfeuer. So, das Feuer brennt und strahlt eine wohlige Wärme aus. Fleischbraten. Yes. Einmal rohes Fleischbraten. Mehrmals, bitte. Bratenes Fleisch. Minus rohes. Hä? Fleischbraten. Mal gucken, wie viel ich jetzt an gebratenem Fleische habe. Das sieht danach gebratenes Fleisch aus. Zwei Stück. So. Fleisch von glücklichen Tieren. Von glücklichen. Ich find's klasse. Ist mal was anderes. So. Fleischbraten. Weiter. Fleischbraten. Weiter. Fleischbraten. Weiter. Bis nichts mehr geht. So. Das war's dann, ne? Genau. Genau, richtig. Da wünsche ich mir natürlich, dass wir mehr Fleisch braten können. Also wenn man die ganze Zeit rohes Fleisch im Inventar hat, dass man dann nicht immer einzeln brät, sondern mindestens zehn auf einmal. Das wäre cool. Aber alles noch verbesserbar. Ja. Es wird wieder dunkel, liebe Freunde. So. Wo sind wir denn jetzt? Oha. Ein Perception-Modus. Das ist der Wolf, den wir hier hatten. Ah, hier. Oho. Oho. Da sind Spuren. Da sind Spuren, Spuren, Spuren. So. Ich sehe gerade hier auf meinem Monitorbild, ist es bei mir auch ziemlich dunkel. Obwohl es hier nachmittags ist. So, jetzt ist der hier. Er sieht schlecht aus. Er passt ja von der Stimmung her. Oha. Okay. Äh, zwei. Oha, boh, 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 boh. Aha, okay. Ja, ich finde, das mit dem Kampfsystem ist okay. 60 Erfahrungspunkte. Nur, ich muss dann immer umgreifen. Wenn ich diese, dieses, ähm, diese Rune haben will, mitten im Kampf. Großfleisch, zerrissenes Fell, alles nehmen. Perfekt. So, weiter Perception-Modus. Sollten ja mal gucken, ob wir die Höhle finden. Okay, jetzt geht das wieder zurück. Nein, das ist ja toll. Das sind auf jeden Fall viel größere Fußspuren. Hier ist also das Lager der Reißer. Ich sollte zurück zu Faol. Okay. Dann machen wir das auch mal. So, äh, ja. So, wenn ich jetzt wüsste, wo Faol ist, weil eine Kartenfunktion hat es hier leider nicht. Da, wo es leuchtet. Ja, ich hab's gefunden. Nördlich von hier sind vier Reißer. Einer von denen sieht etwas größer aus als die anderen. Zeige mir, wie ich besser und ich bin auch auf der Suche. Nö. Wir haben's ja gefunden. Scheint ein Silberrücken zu sein. Ich denke, gemeinsam können wir es schaffen. Ich habe mich auch schon wieder einigermaßen erholt. Wenn sie nördlich von hier sind, müssen wir, müssen sie in der Schlucht sein. Hätte nicht gedacht, dass sie dort ihr Lager haben. Lass uns ihnen gemeinsam einheizen. Sie werden sich nie wieder an die Schafe wagen. Rotten wir das Lager aus. Heute muss ich mit... Bleibst du den auch stehen? Nee. Ah doch. Moment mal. Ich will wissen, ob du stehen bleibst. Ja. Glück. So, lass ich ihn erst mal vorgehen. Schauen wir mal. Ach, du liebes Lieschen. Sollte mal auf meine Nahrungsquelle achten. Okay. Okay. Es hört sich immer anders an. Das Kauen. So. Mal speichern. Da sind wir. Dort vorne müssten sie sein. Hier ist noch ein Heiltrank, falls es für dich brenzlig wird. Danke. Ich bin bereit. Wie sieht denn der Heiltrank aus? Ach so. Wie halt eben immer. Okay. Uiuiuiui. So. Mal gucken wir mal, ob wir Erfahrungspunkte kriegen, weil wir schließlich ein Mist viel weniger. Ja, natürlich kriegen wir Erfahrungspunkte. Super. Okay. Ihm passiert ja nichts. Jo, ne? Ein Mist, wie weniger. Ja, wie immer, ne? Oh, das ist ein großer. Oh, weia, ist der groß. Ah, was ist denn jetzt passiert? Sorry, Leute. Irgendwas war eben passiert und ich bin gestorben. Aber ich habe ja gespeichert. Ja, da hatte ich wohl irgendwie eben gerade ein technisches Pech gehabt. Auf einmal, flupp, flupp. Irgendwas hat versucht, nach draußen zu telefonieren. Aber wir können ja nochmal laden und wir sehen ja auch, äh, unser Quickstand. Ja, da ist es. Das ist cool, mit Bild. Muss ja auch mal sein, man muss ja auch mal sterben, ne? Okay, nochmal. Also. Mit er ziehst du die Waffe hier, weiß ich. Okay. Gut. Gemampft haben wir. Bin bereit. So, vielleicht sollte ich dann auch. Ne, ich brauche das andere. Zack. So. Machen wir das mal so. Die kleinen Dinge machen, lassen wir erstmal den Farol machen. Der ist ja richtig gut gerüstet. Einer weniger. So. Oh, ich gucke es mal hoch. Wunderbar. So. Es sind noch zwei über. Finde ich gut. Also ich weiß nicht, was haltet ihr von dem Fernkampfsystem? Und überhaupt, von dem Kampfsystem überhaupt. Sehr gut. So, ist schade. Jetzt habe ich einen Pfeil. Wo ist denn jetzt mein... Wo ist denn jetzt der Farol hin? Meno. Ach, da. Okay, erstmal hole ich mir den Loot hier. Wunderbar. Und wir haben ja nicht so viel abgekriegt. So, Farol. Ähm. Du bist ja noch im Kampfmodus. Ich kann dich nicht ansprechen. Huhu. Was ist los? Wir haben doch jetzt vier getötet. Oder? Oder nicht? Gucken wir mal ins Tagebuch. Tagebuch. Die Reißerjagd. So. Kann ich mit der... Ne. Doch. Kann ich scrollen. Sehr gut. Mit dem Mausrad. Dass ich mit dem Bogen umgehen kann. Glaubt mir jetzt, Farol. Aber ich muss dort das Lager erst finden. Deswegen, okay. Farol wurde von einer Bestie angegriffen und ist verletzt. Er kann die Reißer nicht mehr alleine jagen. Das haben wir doch eben gesehen. Ähm. Ja. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Ob er jetzt nichts macht. Vielleicht gehen wir nochmal in den Perception-Modus. Vielleicht finden wir noch was. Ne. Die kam ja irgendwo hier raus. Ach. Schaut einmal. Guck. Eine Kniesehne. Buh. Was ist denn das? Eine Kniesehne. Was ist hier? Drei Pfeile. Ordens. Beinschienen. Nix. Und Splitter. Alles nehmen. Okay. Ausrüstung. Tab. Neue Gegenstände, die du erhältst, kannst du im Inventar ausrüsten. Okay. Inventar ausrüsten. So. Das heißt also. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ich habe eventuell... Was habe ich denn hier? Das ist das. Fell. Grafseu. Ja. Das vierte Schaf fehlt uns noch. Okay. Das war jetzt nur so eine Hilfe. Also mit Tab geht es auch. Ich habe immer I gedrückt. Naja. Das Tab-Zeichen ist ja ziemlich in der Nähe von der DASD-Steuerung. Tja. Okay. Du bist hier noch immer. Was machen wir jetzt? Große Frage. Nächste Frage. Ich kann dich nicht anquatschen. Warum auch immer. Vielleicht muss ich hier noch was holen. Nein. Hier geht es nicht weiter. Hier gibt es eine sackende Gasse. Wie lange habe ich denn gespielt, Leute? Eine Stunde und zehn. Das ist ein bisschen lang. Beziehungsweise. Ich werde es auch so lassen. Ich werde es nicht großartig umschneiden. Eigentlich nicht. Ich habe es gerade eben aufgenommen hier bei mir. Ja. Und gucken wir mal weiter. Wie es weiter geht. Es ist ja eine Demo. Nee. Ich haue ab. Es ist ja nur eine Demo. Und die sollte irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden dauern. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge. Auf der Suche nach dem Schaf Liesel. Und schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ihr dieses Spiel findet. Welches in der Entwicklung ist. Und ob es gelungen ist. Was man verbessern kann. Man kann übrigens auch F2 drücken. Und dann geht ein Fenster auf. Und dann kann man dem Team sozusagen direkt schicken. Entweder wenn ein Fehler auftaucht. Ja. Das sollte ich vielleicht machen. Als Faul nicht mal ansprechbar war. Ja. Und so weiter und so weiter. Also das. Mich fixt das Spiel schon irgendwie an. Weil es auch 2D ist. Es ist mal was ganz anderes. Auch an Gothic angelehnt. Was die Sprüche angeht. Was das Talentsystem angeht. Ja. Dann schreibt dazu was. Und gebt mir einen Daumen. Erzählt es weiter. Tschüss.